Rainbow Six Vegas Mission 13 Rescue Dr. Williams Und die Karte heißt Dr. Williams Wie? Einfallsreich Einfallsreich, richtig Also irgendwie hätte ich Also hier hätte ich echt Angst Runter zu rappeln Aber zum Glück bin ich kein So, komm her hier Chris, nein Oh, Chris Oh, der kann aber schön fliegen Bitte? Schön, Seko Ja, sag gut auf So, was ist hier? Hier rein Oh, der zieht direkt auf die Tür Na ja So, mach mal die Tür auf Oh, ich bin tot Oh, ich bin tot Ich habe nichts Ich bin wieder Nein, da war noch einer Super Wo ist der denn? Da ist er Da Du hast ihm das Gesicht geschaffen Yeah I'm so cool Ich habe irgendwie Lust Hunter-Daten zu benutzen Oh, da fliegt er Ah, Flashbang Oh, jetzt haben sie die Rauchgranate reingenommen Ah, jetzt haben sie die Rauchgranate reingenommen Noch eine? Ja, da ist noch eine Was? Au! Er ist tot, Jim. Was ist denn hier los? Wie sieht die Tür auf? Die Tür ist offen. Ähm, war's das? Oh! Hallo, Dr. Williams. Man kann ihn nicht töten. Ich hab's versucht. Von Micropole. Wer kommt denn? Die wunderbare praktische... ...die hat. Eine war ein Krupp. Eine war ein Krupp. Die andere 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 war ein Krupp. Ich möchte das sehen. Oh my God! Diffused the bomb. Nein, wohnen mal. Dr. Williams. Ein Stück. Warum eine Handschweifung? Wir können nicht leben können. Brauch er nicht. Geh nach oben. Geh nach unten. Geh nach unten. Geh nach unten mit den besten Wünschen. Ja, best wishes. Ich sehe hier zwei Typen. Und ich mag sie nicht. Ja, die Tür jetzt öffnen und sie vernichten. Au! Oder auch nicht! Haha! Schau mal, glaubst du, ich treff den? Granate! Oh, Incendary! Oh, ich bin tot! Weg bin ich! Kannst du? Ja. Ja. Ich bin dreimal gestorben. Okay. Du kannst das machen! Da kommt noch eine Granate! Oh, Granate! Oh! Noch eine Incendary! Wir haben die davon eigentlich. Zwei Stück? Schätze ich mal. Genau wie wir. Oh, jetzt sehe ich grad nichts. Schau zu voll. Ich sehe auch nichts. Ich bin hinter dir. Guck mal, Jackpot. Vielleicht zweimal. Mach deinen Namen aller Ehre. Ja. Geh. Geh. Ich liebe dich. Du bist so cool. Ich liebe dich. Du bist so cool. Wobei diese tolle Werbung. Stunning Hostesses. Ho... Hostesses. Tolles Deutsch. Äh, Englisch. Ha! Stunning Hostages! Was? Du stehst ja irgendwie, äh, ungut. Genau das meine ich. Ah, scheiße! Wir machen! Mir schön failed. Das tut mir echt. Sag doch noch. Du stehst irgendwie ungut. Naja. Das war nicht. Machen wir das Ganze nochmal. Ja, bis zum nächsten Mal. Jop.